so hier sind diesmal wirklich ein kurzes video und zwar über dynamische blinker von golf 7 gibt auch viele andere modelle ich habe sie zum golf 7 und zwar hatte ich mir nämlich eigentlich facelift rücklöschchen gekauft doch leider wurde ich abgezogen ich habe jetzt 300 hätte jetzt 300 euro bezahlt für die rücklöschchen er kam nie an er hat auch nie vorbeigekommen ist ja auch egal anzeige ist auf jeden fall geschrieben gemacht und vielleicht kommt ja noch raus wenn nicht habe ich gehabt aber ich wollte trotzdem eine veränderung weil ich vielleicht ist die der erste geile auswand auch diese dynamischen blinker freiheit ist zwar mit dem ding jetzt nicht so wie beim facelift aber ja gleich sehen auf jeden fall habe ich mir die dinge gekauft so viel verlinkt gibt es bei amazon hat mich 40 euro kostet ob jetzt dann immer noch 40 euro kostet weil sie jetzt nicht aber die kommen einfach hinten also muss deine rückleuchte kabel raus steckt es so gesagt dazwischen dass es einfach dazwischen steckt hier kannst du die geschwindigkeit dann einstellen das ist jetzt auf 8 auf 8 das lassen wir auf jeden fall erstmal mal gucken ob man da was verstellen kann oder ob es direkt passt da kannst du mich die geschwindigkeit wie schnell es gehen soll müsst ihr euch so vorstellen ihr habt da hinten zwei leuchten eine in heckklappe und eine am halt am auto und wenn du blinkst leuchtet das ganze ding ja komplett und dieses ding kommt nur auf einer seite jeweils und mal wenn es eine blinkt also das innere bringt glaube ich zuerst und dann geht das andere so an zack zack also es ist jetzt nicht so dass jede einzelne led so macht wie beim facelift sondern nur wirklich so von der einen zu der anderen und ja dann ist es so halb dynamisch oder keine ahnung aber es auf jeden fall besser als nichts und ich wollte so irgendwie so ein kleiner folge und ja dann gehen wir mal nach hinten so sieht es vorher aus ihr seht ja es bringt einfach gleichzeitig und gleich wird das so sein dass das blinkt und dann geht es an das blinkt das geht dann das an so eine kleine veränderung und meine andere veränderung ist hier ich habe mehr endrohre geändert wofiel jetzt wir sagen die sind halt nur rangeprotzelt mit ab und ordentlich so ich bin jetzt auf der linken seite ist aber eigentlich auch egal weil es eh gleich muss auf jeden fall so ein bisschen die verkleidung noch so ran ich mach die verkleidung ein bisschen weg und dann sieht man den stück gar ich zeig euch den kurz also hier ist der stecker der roter dann ist der rote muss ausgezogen werden dann ist er so draußen und dann könnt ihr da drauf drücken dann habt ihr den in der hand dann nehmt ihr dieses ding stelle ich euch kurz auf steckt es da sogar drein und das andere stück wieder in die rückleuchte rein so nehmen wir diese machen jetzt hier rein das ist schnippst und dieses rote ding wieder runter drücken und dann schauen wir mal wie es jetzt aussieht wie sind denn da gehe ich mache den warnblinker an seht ihr das? das geht rechts an oder links zack und jetzt kann man sich jetzt noch einstellen dass es wahrscheinlich ein bisschen schneller oder langsamer geht sieht auf jeden Fall deutlich besser aus wie gesagt mir gefällt es ich lasse es so ich lasse auch die einstellung glaube ich so gefällt mir ich habe jetzt gerade ein paar sekunden geguckt und ich will es so lassen wie gesagt für 40 euro oder so was es kostet kann man nichts falsch machen so dann würde ich das Video eigentlich schon beenden ich zeige euch nochmal hier da ich gehe noch nach vorne zeige euch mal kurz was und dann ist es wieder schon vorbei ihr wisst ihr ich hatte hier diese eckhaften vergebten Scheinwerfer die habe ich aufbereiten lassen beziehungsweise lackieren mit mit irgendwas keine Ahnung klarlack und aufpoliert und ihr seht wieder alles schicki dann würde ich sagen das war es mit dem Video bösen Blick habe ich auch noch aufgeklatscht geklatscht und ja Performance sagt Ciao Ciao Ciao